hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach den ticket und heute ist das spiel west games das habe ich schon mal gespielt das habe ich allerdings für großen glück deswegen muss ich wieder installieren also dann mal da werden wir wieder zulassen zulassen ja dann kommen wir zu unseren alten account naja was heißt account den neben vor ein paar tagen mal angefangen haben und ja holen mehr nein da ist auch schon ich muss doch wo war hier die menüliste boden immer erstmal boni rein einlösen ok ich bin jetzt gerade wieder überlegen wie das hier ging ach nee das war das falsche ach da steht es doch fest ja wer lesen kann ist klar im vorteil eine vip quest stimmt ich hatte damals vip gemacht für 24 stunden normal 24 stunden schon vorbei oder läuft die zeit nur dann wenn man online ist was natürlich cool ich habe doch eine eigene gilde gemacht soweit ich weiß also ich meine ich hätte hier schon eine eigene gilde einlösen einlösen da wollte ich doch gar nicht heute muss ich so drauf ich will doch hmm ich habe schon wieder jede allianz nachfragen jetzt muss ich mal gucken soweit ich weiß ich hätte doch eine allianz gemacht ich habe doch Baddack die German gemacht sie muss das alles zusammenschreiben Uppata Uppata komisch spielen ja shit nochmal in der Mitte was nicht die dich haben wollte ich kann das nicht bin zu langsam oh alle öffnen hier einlösen den öffnen ok einlösen und den öffnen die Diamanten drüber schön was ist das was ist das so dann schauen wir mal hier was war das alles gut was war das und um eine Minute nur das kostet immer so viel gold dann machen wir doch da habe ich ein stunde weg drei minuten weg und noch mal eine minuten kathis jawohl einlösen also nächstes ist der markt auf level 3 empfohlen jawohl meine quest fertig das war es dann für heute abgebrochen quest ein ticket einlösen und fertig sind da vielen dank fürs schauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal dabei seid bis dann viel spaß